Vielleicht erlauben Sie mir, dass ich einmal kurz persönlich anfange. Das hat nichts mit der Klausurtagung zu tun und auch nichts mit dem Regierungshandeln. Der Bundeskanzler hat heute Morgen schon Mikhail Gorbatschow gedacht, der ja auch dafür steht, wie sich die Beziehungen zwischen Russland und Europa hätten weiterentwickeln können. Nun gibt es einen weiteren Politiker, der heute verstorben ist, Christian Ströbele. Ein Politiker, der vielen Menschen imponiert hat, mir auch wegen seiner Gradlinigkeit, seinem unverbrücklichen Einsatz für Bürgerrechte, für soziale Politik und der vielen wird.